moin moin oder herzlich willkommen seid gegrüßt zu einem neuen rennen hier samstag wir haben heute samstag den 8 den 8 hart gehypt von wir sind evil 8 aber das spielt jetzt keine rolle f1 freunde 2 rennen heute am dienstag sieht ihr das rennen hier und niederlande am donnerstag das rennen italien was ich natürlich hier nach war aber das spielchen kennt ja mittlerweile das ding ist freunde niederlande haben wir gute chancen bin ich der meinung also niederlande könnte niederlande könnte was gehen gleich wenn wir es ohne fehler durch bekommen ich habe ich bin gerade noch mal so ein test quali gefahren das lief gut das lief gut halbe sekunde vor ki und so ich weiß jetzt nicht was martin gleich für eine zeit macht da müssen wir ein bisschen gucken aber sollte es trocken bleiben und so sieht es eigentlich ganz gut aus bei regen wird alle würfel neu gemischt da habe ich keine ahnung so wir sollen bereit und wenn wir ready sind also machen wir das einfach mal auto haben wir ausgewählt aber mal gucken kurios leute also wirklich das ist italien habe ich keine sonne italien wird ein rennen am donnerstag das werdet ihr sehen da geht es darum durchzukommen und irgendwie zu fahren wir können jetzt mal trocken greifen aus wenn das mal ein gutes guter beginn aber in niederlande mache habe ich hoffnung der niederlande habe ich hoffnung aber mal schauen und falls ihr mal dabei sein wollen samstags abends 20 20 30 geht es immer los wir haben es jetzt 20 25 ihr könnt live dabei sein freund auf twitch ja twitch.de war aus der gdp schaut einfach mal rein link ist in der video beschreibung und mal schauen jetzt gucken wir erst mal wie ist das wetter trocken okay stark bewölkt mit trockenen bedingungen okay das ist okay dann ist zwar denn ist zwar die strecke nicht so warm aber die wird wärmer mit der zanne bleibt durchgehend bei t24 ok bleibt wie es ist okay aber trocken schon mal gut trocken ist schon mal so ist derzeit frei wir können loslegen ja jetzt müssen wir erst mal ein setup laden niederlande trocken also wirklich es ist kein scheiß die test rennen haben waren wir schnell also niederlande könnte wirklich was gehen für uns ja lendo ist draußen die tief ist draußen rai köln ist draußen croissant ist draußen store science wasser okay das sind alle ich dachte vielleicht marin oder luca sind vielleicht schon okay ja da ist martin martin fährt raus hemmen ist auch groß team mercedes denkt sich der frühe vogel fängt den wurm oder der frühe vogel kann mich mal ich weiß nicht so genau aber auf jeden fall streck ist voll aber wir werden auch mal eine setzen wir werden auch mal eine setzen auf ganz entspannt brauchen wir mal eine raus wir machen wieder selbe taktik wie immer jetzt einmal raus einfahren mit dem selben satz noch mal eine nachlegen und am ende mit neuen softs noch mal eine eine ganz hart pushen ich finde die boxenausfahrt so schlimm ne ich weiß nicht wir müssen gleich mal gucken wenn wir die eine runde gefahren sind in der box müssen wir gleich mal schauen auf was für einem compound die anderen unterwegs sind ich schreibe mal gerade um auf reifenverschleiß am lenkrad temperaturen sind natürlich alle top aufgewärmte reifen aus der ferrari gasse wasser mit der 1 10 7 ok aufgewärmte reifen aus der 1 10 aufgewärmte reifen aus der 1 10 aufgewärmte reifen aus der 1 10 1, 2, 1, 2 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Und drauf. Und drauf. 1,95. 1,95. Schildsendlegen ist deine Nachricht. Für mich gab es ein bisschen schwierig am Steuer. Ich fahre jetzt in die Box an, die sie in den Nachrichten kommen. Wir fahren erst mal rein. Was für einen Verschleiß haben wir jetzt? 4% vorne. 4,3. Also vorne links 4, vorne rechts 3. Hinten links 4, hinten rechts 3. Okay. Also links ist höhere Abnutzung als rechts. 1,95. Unser Benzin reicht nicht. Es hat 4 vorbeilassen. Der Tag ist leer. So. Joe Palmer. Hallo, wie geht's? Moin, Digga. Moin, Jungs. Da haben die Fohlen von uns eine richtige Klatsche bekommen. Digga, wie happy ist das Klack-Spiel ausgegangen? Wie habt ihr gespielt? Und herzlich willkommen bei mir im Super Moin. Und herzlich sei gegrüßt auf YouTube, Freunde. Denn das läuft doch auf YouTube. Das wird aufgenommen. 6-0. Ja, Moin, Digga. Das kann man so machen, Digga. Ach, stimmt. Ach, du bist der Bayern-Ferr. Ah, ja. Leber, drei Buchen, Digga. Ach, Freunde. Übrigens Samstagabend, ne? Ihr wisst es ja, aber Bayern hat gerade 6-0 gewonnen. Libandowski drei Tore. Fehlen wohl nur noch zwei zum Gerd Müller-Rekord. Das schafft er. Das schafft er. So, jetzt wollen wir mal kurz auf F1 gucken. Also, wir sind in ein, drei Sektoren am schnellsten. So. Martin ist nach 1,10,5 gefahren. Wo ist denn Luca? Luca ist noch keine Zeit gefahren. Oh, ist da keine Zeit oder ist sein Auto zersägt? Das weiß ich nicht. Ich spreche kein Deutsch. Kein gutes Deutsch. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Solange man, solange du es so sprichst, dass man es verstehen kann, einigermaßen passt das schon. Sektor 1, 3 Zehntel. Sektor 2, 1 Zehntel. Sektor 3, 1 Zehntel. Damit kommen wir auf die 5. Eben im Testrennen, im Test-Quali-Schein, ist Hamilton ne 1,9,8 gefahren. Das heißt, für die KI könnte das so reichen. Martin verliert seine Zeit in Sektor 1 und 2. In der Sektor 3 ist er so schnell wie wir. Da ist er so schnell wie wir. Weil 21, 3, 4, äh 3, 4, 9 oder 21, 3, 6, 1. Digga, das ist scheißegal. Ich studiere es gerade. Sehr gut. Sehr gut. Lukas auf einer schnellen. Okay, der hat sein Auto also nicht zersägt. Der ist noch keine gefahren. Ich würde gerne wissen, wie es sich verhält mit der Track Evolution. Ob die Conditions so viel besser werden, dass wir noch so viel schneller werden. Weil sonst fahre ich lieber gleich eine Runde noch mit meinen neuen Softs. Und gar nicht nochmal mit denen, dass ich nicht nachher in die Schwierigkeiten gerate. Dass ich nicht noch eine schnellere schaffe. Und damit den zwei Hotlabs auf P5, Digga. Und damit den zwei Hotlabs gefahrenen Softs ins Rennen gehen muss. Wisst ihr, wie ich meine? Er ist direkt hinter Martin. Martin auf P5, oh, das... Okay, das wird vielleicht doch ein bisschen enger als gedacht, um ehrlich zu sein. Luca verliert seine Zeit. Okay, klar, in Sektor 1, Digga. In Sektor 1 hat er eine halbe Sekunde Rückstand. Jetzt rechnet man eine halbe Sekunde ab. Dann ist er auf P5, dann ist er bei Luis. Martin hat nochmal verbessert. Auf 1, 10, 2, okay. Aber hat ihn leider keinen Platz. Oh, 1, 10, 2, 1, 2, Luis. 1, 10, 2, 1, 6, Martin. Das ist spannend, Freunde. Das Team in der Werkstatt hat hart daran gearbeitet, das Auto für dieses Wochenende für dich vorzubereiten. Da loben wir Sie dafür mit einer starken Leistung. Pass auf, wir machen so. Oh. Noch eine Runde auf dem selben Satz. Kommt noch eine Runde auf dem selben Satz. Wenn sie super viel schneller ist, breche ich sie ab. Dann breche ich sie ab. dólares. Oder more. � Sono die Runde auf dem selben Satz. Angeln. Was ist schwierig. Oh. 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 Ja. Wenn sie wirklich viel schneller sind, dann brechen wir sie ab, damit wir dann mehr Chancen haben, nachher mit unseren neuen Softs noch mal einen oben drauf zu legen. Ja, ein bisschen Sprit verschwenden auf Fett. Das brauchen wir nochmal durchjagen. Okay, wir sind auf jeden Fall langsam da rausgekommen. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Das war schlecht. Bei der Kurve steckt auf jeden Fall doch Zeit. Das Problem hatte ich eben da auch. Okay, die Runde wird nicht besser. Hey, die wird absolut nicht besser. Bestätigt, du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Macht ja keinen Sinn. Das hat keinen Sinn gemacht. Ich hätte jetzt noch raus durchfahren können und nochmal eine Runde und das hat aber keinen Sinn gemacht. Ich breche sie ab, gleich mit neuen Softs, versuchen wir nochmal Kamikaze. Weil, wenn ich es gleich mit den neuen Softs nicht schaffen sollte, warum auch immer, ich komme vielleicht wieder leicht runter oder irgendwas, keine Ahnung, dann habe ich nicht auf die Softs, die wir jetzt haben, weil wir mit denen dann starten müssen, noch eine Outlap drauf geballert und und und. Weil die haben jetzt acht und sieben vorne und hinten in Abnutzung. Das hätte einfach keinen Sinn gemacht. So. Dann wollen wir nochmal die Zeiten angucken. Ja, die Jungs sind nicht nochmal schneller geworden. Die Jungs sind da, wo sie waren. Da hat sich nichts geändert. Ich muss mal unbedingt mein Handy hinlegen. Weil wenn das immer aufleuchtet und man da so reinguckt, dann ist das ein bisschen ablenkend. Ist von denen... Okay, Lukas unterwegs. Auf einer schnellen. Nee, doch nicht. Ich glaube, der ist Outlap. Ja, der ist Outlap. Der hat nämlich gerade ERS reingehauen. Das war zu weit. Und da ist der Flügel ab. Er kann froh sein. Er kann froh sein, dass das in der Kurve jetzt passiert ist. Er hat genug Zeit, sich nur einen Flügel zu holen und noch eine zu fahren. Da hat er jetzt echt Schwein gehabt. Martin ist auch auf der Schnellen. Martin bricht ab. Martin hat abgebrochen. Wir sind 19 auf dem Temporadar. 319,3 Kilometer pro Stunde. Es ist keine Auferstrecke. Okay. Wieder geht die Runde 1, 9, 5, 4, 0. Das heißt, wenn wir bei 2 Minuten rausfahren, sollte das ja safe klappen. Wir fahren bei 2 Minuten nochmal raus, Leute. Und dann hoffen wir, hoffen wir noch auf eine schnellere. Nicht, weil wir, nicht, weil ich glaube, dass wir die unbedingt brauchen. So. Wenn Martin jetzt einen hinballert, dann. Aber, sondern eher, weil ich mit den neuen Reifen fahren will. Das ist eher das Ding. Das ist eher das Ding. Bellowhut 1. Vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Ich habe den, ich habe das Overlay aus, weil die Sounds immer doppelt kamen. Aber vielen, vielen, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen und sei gegrüßt, weil das wird gerade aufgenommen, auf YouTube. Danke dir. Danke dir. Oh, jetzt kommt der Sound drauf. Und zwar doppelt. Schön. Obwohl ich das Overlay auch habe. Streamlabs, Chatbot. Äh, Streamlabs OBS ist. Hier, so sind die. So sind die mit ein. So sind die mit ein. Du stellst das ein, wie immer. Und OBS denkt sich, ja, ich mache mein Ding, Digga. So ein Ding ist das. Egal. Scheiß drauf. So. Martin ist nochmal rausgefahren. So früh schon. Okay. Jetzt wird der Rest. Ich warte. Weil wenn ich dann zwei Minuten rausfahre, dann dürfte eigentlich kein Verkehr mehr kommen, weil der Verkehr, der nach mir raushauen würde, der mich dann blockieren müsste, der hätte eigentlich keine Zeit mehr für noch eine Runde. Darum hoffen wir mal, dass das so klappt. Oder ich verkalkuliere mich gerade hart. Keine Ahnung. Erstmal ein Stück was von Monzardose. Ihr wisst es. Oh, Martin ist eine Zeit auf Mediums gefahren. Oh, Martin ist eine Zeit. Wie wisst ihr, vorgeheizte Reifen aus der Ferrari-Boxengasse, bestes Leben. Ihr kennt es. Nur noch 30 Sekunden in dieser Session. Ja, ich komme schon. Die Kurve war nicht gut, meiner Meinung nach. Ja, merken wir auch in der Zeit. Ja, ich komme schon. Lukas stand da gerade für uns sehr unpraktisch. Lukas stand da gerade sehr unpraktisch. Aber wir haben es noch hinbekommen. Uns fehlen ungefähr zwei Zehntel. Ich musste... Er stand so genau da, wo der Einlenkpunkt für die Rechtskurve ist. Egal, passiert, ne? Aber... Ja. Ja, aber geschafft, Freunde. P1 im Quali. P1 im Quali in Niederlande. Ich sag ja. Das ist das Rennen heute, wo wir unsere Chancen haben. Mal gucken. Martin ist auf 5. Und Lukas auf 10. Was waren jetzt gefahren? Der 1, 10, 2. Der ist 1, 10, 2 doch mit Zofts gefahren. Ah, dann hat er wahrscheinlich versucht, noch eine Medium-Runde nachzulehren. Oder das Anzeigefehler. Weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht sagen, Freunde. Kann ich nicht sagen. Aber finden wir heraus. Und wie es ist, sag ich euch gleich. Kurz vorm Start vom Rennen. Bis gleich. Moin, moin, Leute. Weiter geht's. Ja. Hier im Rennen. Ich hab gerade mit den Jungs geredet. Die haben ein paar Probleme gehabt. Oh. Ein oder zwei Stopp. Digga, ich fahr safe nicht mit Harten. Ich fahr safe zwei Stopp. Ich fahr zu 100% nicht mit Harten. Und ich hab gerade erfahren, dass wir 36 Runden fahren. Ich nehme ein bisschen mehr Sprit mit. Leute. Weil ich möchte. Ähm. Ich möchte. Äh. Auf den Geraden auf jeden Fall fett fahren. So. Raus, 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 raus. Dann können wir uns vielleicht ein bisschen eher ersparen. Dass wenn wir nachher vielleicht in Überrundung kommen sollten. Oder irgendwas. Dass wir da genug noch Reserven haben zum Pushen, Digga. Einfach zum Pushen. Ähm. Nehmen wir mit. Wir fahren zwei Stopp. Wir können ja im Rennen immer noch variieren. Und gucken, ob wir es anders machen oder so. Aber ich denke erstmal vom Grund her. Ist die Zwei Stopp Strategie mit Soft Soft Medium. Für uns die Safere. Wir müssen nur gucken, dass wir den ersten Stopp so planen. Also beide natürlich. Aber den ersten vor allem. Dass wir am besten nicht unbedingt so viel in Verkehr kommen. Weil die ganzen Medium Starter werden weiterfahren. Und die Soft Starter. Pff. Müssen wir schauen. Vielleicht gehen wir sogar eine Runde früher. Dass wir gar nicht erst in die Überlegung kommen wegen Undercut-Gefahr oder sonst irgendwas. Ich hatte in dem Testrenn letztens getestet, was so geht. In Sachen. Wow. In Sachen langsam fahren. Und Reifen warm machen. Was so geht. Was für einen vorne gut ist und für den hinten scheiße. Aber ich fahre ein bisschen schneller. Weil Manny gesagt hat, das war richtig kacke für die anderen. Den fahren wir einen Tick schneller. Hinterreifen ein bisschen. Ich guck mal eben, was die Reifen sagen. Ich schalte das Uhr eigentlich auch mal um. Hinterreifen sehen gut aus. Allgemein die Temperaturen sehen ganz gut aus gerade. Schauen wir mal vorne rein ein bisschen. Weil ab hier wird gleich schon übernommen oder so. Vom Game. Ja, hier schon. Boah, Leute. Dann nochmal einen Finalschluck aus der Monsterdose. Falls ihr gerade beim Zugucken auf YouTube. Oder hier auch im Speed auch was trinkt. Gönnt euch einen Schluck. Rennen ist super dunkel. Es ist mega bewölkt. Aber gut, wir machen das schon. Guter Start. Guter Start. Guter Start. Jetzt. Hamilton ist gerade direkt hinter uns. Gebt weiter Gas. Lass uns die erste Runde voll auslösen. Ich versuche ein bisschen zu pushen, Freunde. Ich versuche jetzt hart zu pushen direkt. Magi hat es schon beim Platz gut gemacht, sehe ich gerade. Das war schlecht. Das war richtig. Ich versuche jetzt die nächste Runde voll auslösen. Ich versuche jetzt die Runde voll auslösen. Ich versuche jetzt die Runde voll auslösen. Untertitelung. BR 2018 Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Rücke des Rennens gefahren. Okay, Marlin ist hinten dran an den anderen. Wir müssen hier weg. Ja, man sieht, mal ein Abstand nicht so gut, schon holen sie wieder auf. Nein, jetzt kommen wir weg langsam. Marlin ist vierzehntel hinter festwappen. Okay, jetzt hast du noch zwei Boxenstops, noch zwei Boxenstops, sechs Runden, bis sich dein Boxenstopp-Fenster öffnet. Sechs Runden, also Runde zehn. Okay. 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 Kampsche, Kampsche, Kampsche 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 Wir haben natürlich gerade guten Vorsprung, aber wir haben auch hartfreie Fahrt. Ich überlege gerade, ob es nicht besser ist, den zweiten Stint mit Mediums zu fahren. Aber das spielt wahrscheinlich keine Rolle, ne? Aber ne, scheiß noch, wir fahren den zweiten Stint auch mit Softs und springen dann um auf Mediums. Genau so hoch einmal normal. Wow. Alter, meine Reifen waren schon 34% vorne links. Ich denke an die Überholmasse, wir haben Energie und sollten sie nutzen. Ja. Ich denke an die Bezirung. Ich denke an die Bezirung. Ich denke an die Bezirung. Und unseren Fastabgang mal wieder ein bisschen rauszuholen. Ich denke an die Bezirung. Ich denke an die Bezirung. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 4,8 Sekunden. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 13,5 Sekunden. Okay, wir bleiben noch 2 Boxenstops. 2 weitere Boxenstops mit dieser Strategie. Ein Boxenstopfenster öffnet sich nächste Runde. Wir sind gut unterwegs. So, wir sollten jetzt nochmal eine gute Inlab holen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt rein. So, wir werden die Bezirung machen. Ja, wir fahren diese Runde rein. Ja, wir fahren diese Runde rein. Bisschen zu viel gebremst, aber lieber zu viel als zu wenig. Es könnte sein, dass die anderen ein Stop fahren. Wir machen heute noch ein Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Ein Boxenstopp noch mit einer Drahter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Wir fahren gefühlt nur 1,20er. Oder tiefe 1,21er Zeiten. Das ist echt gut. Die Reifen sind noch? Ja. Ist das nur grad ein bisschen laggy irgendwie? Weiß nicht. Ob man es im Scream sieht oder in der Aufnahme dann auf YouTube. Ich muss ein bisschen aufpassen. Aber du, ab Frames und so haben wir nicht. Das könnte auch an der Connection einfach Server Connection liegen. Ist ja bei F1 ja jetzt nichts Neues, muss man dann leider sagen. Bin ich ja mal gespannt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das glaubt, wie das ist bei F1-21. Ist ja ein Codemasters-Game weiterhin, aber wird jetzt EA. Und vielleicht läuft das jetzt auf EA-Servern, wie ihr glaubt, wie das wird. Oder ihr könnt ja allgemein mal in die Kommentare schreiben, was ihr erwartet von F1-21 jetzt, wo sich EA gehört. Und ob ihr Hoffnung habt oder schlimme Vermutungen oder... Ich fahr noch. Und das stimmen die Zeiten. Da haben wir jetzt gerade ein bisschen Sack verloren. Und dann war auch noch ein kleiner Leck in dem Augenblick. Das war jetzt echt unangenehm. Wir waren in Runde 9 oder 10 drin, ne? Dann haben wir jetzt 12 Runden gehalten. So, die Runde fahren wir jetzt noch. Okay, wir können nicht diese Runde rein. Die Runde fahren wir jetzt noch rein. Mal auch, halbe Sekunde jetzt schon. Und wir verlieren auch nach hinten jetzt. Wir müssen jetzt Delta gucken. Aber die Zeiten sprechen ja für sich. Ich meine, klar, die Haken sind natürlich jetzt auch in ihrem Fenster, ne? Das läuft echt zwischendurch. Mal die Box. Jetzt sind wir los. Wir boxen ein paar Tempo Baufier. Los, los, los. Na, raus, raus, raus. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Mhm. Wow. Verliert man nur 13, 14 Sekunden? Okay, 15. Mehr nicht? Ich habe mit 20, 25 Sekunden gerechnet. Okay. Das war's echt. Ich muss die Katz-Korridian. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir machen langsam Vorsprung und verstanden Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nine 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Geht runter wie Öl. Runter wie Öl, Freunde. Runter wie Öl. Quer zu überrunden. Untertitelung. BR 2018 Ja, Freunde. Ich glaube, unsere Taktik ist zwei Stopps. Das war genau richtig. Ich habe den Harten auf der Strecke einfach nicht vertraut. Und wobei man muss sagen, ich vertraue den Harten Reifen gefühlt nie. Aber ich habe ihn nicht vertraut und es ist auch... Es ist auch alles gut gegangen. Martin, sein Einstopper hätte echt gefährlich werden können. Aber der hatte dann irgendwie Probleme. Weil hätte er... Ich weiß nicht, was das war. Er war ja auf P3, glaube ich, hinter Hamilton. Und hätte er sich Hamilton gekascht. Und wenn er dann einfach seine Runden gefahren sind, wenn wir Vorsprung rausgeholt hätten, wären wir dann trotzdem wahrscheinlich nach Boxenstopp 2 hinter ihm gelandet. Und dann... Ja, wir hatten dann genug Zeit gehabt, Benzin, ERS und und und, um ihn dann irgendwann zu kaschen. Aber vorbeifahren muss der erstmal auch kommen. Martin wird ja nicht den roten Teppich ausrollen und sagen, jo, mach mal. Viel Spaß dabei. Und dann hat der irgendwie... Der muss irgendeine Kollision gehabt haben oder so. Oder einen Dreher oder irgendwas. Aber dann müssen wir euch mal fragen. Und dann kann ich euch das vielleicht demnächst mal erzählen. Ansonsten könnt ihr die Videos natürlich auch aus seiner Perspektive sehen, Freunde. Verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Unten drunter. Ähm... Evil Dead. Da gibt es alle Rennen aus seiner Perspektive im Mercedes. Und, äh... Könnt ihr natürlich auch mal reinschauen. Gönnt es euch. Ja. Ist auch immer ganz nice. Und dann werden wir ja sehen, was da passiert ist. Interessant bin ich da schon. Du vergrößerst die Lücke zu deinem Hitermann um fünf Zehntel pro Runde. Ja, ist egal. Wir haben genug Zeit jetzt. Wir werden keine schnellste Runde mehr fahren. Die haben wir. Die Runde knacken wir nicht mehr. Wir haben genug Vorsprung. Wir können also im Notfall ein bisschen das Tempo rausnehmen. um Alessia schön heil nach Hause zu bringen. Unser schöner Rutter Parade. Und das ist es, was Alessia will. Alessia will pfleglich behandeln und nach Hause gebracht werden. Sie ist vielleicht eine Diva. Oh, ich war hier nicht schön. Sie ist eine Diva. Aber sie hat auch Klasse. Bin mal gespannt. Oh, Sepp hat sich auf P5 vorgekämpft. Digga, wir hatten vorhin... Ja, gut. 31 Sekunden. Ja, okay. Der muss aber irgendwen noch gekascht haben. Nice. Russell wieder ganz vorne. Mit dabei. Russell Magnussen Crojant. So. Die drei KI-Fahrer, ne? Sind in unserer Meisterschaft hier ganz kurios, Digga. Ganz kurios. Die sind so schnell. Und immer vorne mit dabei. So, ein bisschen weit außen. So, noch eine, Freunde. Noch eine. Letzte Runde, Leute. Ich hab's vor dem Rennen noch gesagt. Niederlande fühle ich mich ganz gut, wenn's trocken ist. Setup und so passt zu unserer Fahrweise. Übrigens noch mal Grüße gehen raus an Schisse. Danke dir, Digga. Danke dir. Das ist nämlich sein Setup. In einer Trainingsrunde war er dabei und hat gesagt, probier das... Oder... Ich hab gesagt, ich probier das mal, ob ich das Leben hab. Aber da hat er gesagt, jo, schnapp dir. Unser Benzin reicht nicht. Der Tank ist leer. Darum Grüße an dich, Schisse. Vielen Dank, Digga. Danke. Das hat wirklich zu unserer Art und Weise, wie wir fahren, gut funktioniert. Und wir haben das Auto damit... Schön... über den Parcours gescheucht. Wir fahren die letzte Kurve, Freunde. Danke. Grazie, Ragazzi. P1. Der Allerechte. Danke. 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 Ich muss aufpassen wegen Halo, ne? Danke. Danke, Danke, Danke. Wow. Martin ist raus als Einziger. Luca ist auf P17. Okay. Daniel Ricano, ne? Sergio Perez. Kevin Magnussen auf 9. Cousin auf 14. Ich... Hamilton auf 15. Kurioses Feld. Schön. Freunde, damit haben wir es geschafft. P1... in der Niederlande. Die Strecke, die gefühlt alle fühlen... ich... nicht so. Doch, ist ne geile Strecke, also... zu fahren ist sie geil. Aber nur, wenn du auch deine Linie hast. Italien, was ich gleich fahren werde, was ihr am Donnerstag seht... ist aber ne ganz andere Nummer. Eigentlich für uns, Bella Italia, das muss funktionieren. Tut es aber nicht. Ich komme auf der Strecke nicht klar. Weder... äh... Ascari, Parabolica... äh... Lesbo 1, 2... Digga, ich... ich verkacke mir irgendeine Kurve. Aber das kann uns heute egal sein. Heute haben wir gewonnen. In... der Niederlande. Zenfurt. Freunde. Schönes Ding. Hier oben, blende ich es gleich wieder ein. Ja? Kommt rein. Samstag, 2020, 2015. Live auf Twitch. Die Rennen. Ansonsten gönnt euch das Video, was am Donnerstag kommt. Oder klickt unten in der Videobeschreibung auf... Dankeschön. Dankeschön. Auf den... Link von Martin. Da seht ihr das Rennen nochmal aus der Perspektive im Mercedes. Haut rein, Freunde. Bis Donnerstag. Bis dann. Fino acht infinity. Ciao. Bis zum nächsten Mal.